Ein wichtiger Teil von Qualität ist Kontinuität. Menschen kommen mit ganz individuellen und auch langfristigen Beratungsproblemen zu uns. Ohne diese Kontinuität gelingt es nicht, den Kunden als Menschen, als jemandem mit Problemen, der nach Lösungen sucht, zu verstehen. Qualität ist für mich wirklich auch die Persönlichkeit oder die persönliche Betreuung. Denn ich glaube, nur wenn wir die Fähigkeit haben, uns vom Umsatzdenken unabhängig zu machen und den Mandanten in den Mittelpunkt zu stellen, dann sind wir gut und liefern Qualität. Qualität macht für mich aus, dass diese Lösung auch noch Bestand hat in ein oder zwei oder drei Jahren. Das heißt, es ist nicht nur eine kurzfristige Lösung, sondern es ist eine Lösung, mit der der Kunde wirklich langfristig, mittelfristig leben kann. Das ist Qualität. Der 400 Meter Lauf trifft es eigentlich. Alle Berater kommen in der Regel gut aus und blöcken in der Kurve. Von 200 bis 300 Meter trennt sich die Spreu vom Weizen und bis ins Ziel weiß man, wer am besten trainiert hat für diese Disziplin. Das heißt, wer sich beratungstechnisch am besten auf den Mandanten eingestellt hat. Wir sind bei Baker Tilly sehr gute 400 Meter Läufer.